Leon, geh mal durch die Tür, okay? Einfach durchrennen, einfach durchrennen, oder einfach gehen, okay? Servus guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Yeah, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Abbauen. Au, da unten heißen Loch, pass auf. Okay, dann bauen wir wieder hoch. Letzte Folge haben wir endlich das Netter erreicht, wie man schon. Achso, ich lief kurz, weil ich muss eben was in meinem Kampf. Ja, ja, Leone hat best Internet, nur mal ihm so gesagt. Also nicht wundert, weil ich habe kein best Internet, ich muss mich nicht mehr. Ja, das ist eine Idee, doch von mir, ja, sorry. Cent, oh, schätze. Cent, help, okay. Nein, eine, ich habe die Kladerung klar, weil die, der Netter wird noch geladen. von mir. Hier sind wir halt Feuer, Alter. Ich weiß, mein Netter wird hier alles unendlich brennen, das kenne ich schon, aber... LOL. Ist das Kies? Ich weiß, dass es jetzt auch Kies im Netter gibt, schon lange, aber ne. Ich habe gehört, es gibt einen Magma-Block. Wie auch, hörst du mir zu? Ja. Ich habe gehört, es gibt einen Magma-Block. Hallo. Und, äh, die will ich unbedingt mal aussehen, äh, ansehen. Da oben ist Glowstone, aber ich weiß, über Glowstone ist immer ein, ähm, Dings-Spawner, ein, ähm, Lohn-Spawner. Aber von denen können wir nicht was falsch machen. Ja, aber ich habe zwei Dings gesehen. Komm, ne. Aber ich will sehen, dass da immer so was ist. Hä, ich finde diesen Scheiß-Minecraft-Spawner noch nicht. Geil. Ja, dann komm einfach hier, ich weiß nicht, was an. Oh, ich wäre vorhin klarer gesprungen. Rutsch. Ach, nee, egal. Du kannst die Wasser einmal trotzdem benutzen für, äh, no fall damage, glaube ich. Kann das sein. Wir haben echt Glück, dass ihr kein, äh, Gasdrehtbauer beim Sporn bei uns ist. Haben wir echt Glück. Man muss sich auch passen, dass ich kein Anlocken. Ich höre schon ein, ich renne weder weg. Ich sag's gerade so, ja, Gasdrehtbauer, und dann höre ich mich. Ich finde meine App-Daten nicht. Okay, Leute, ich schrei nicht so in mein Mikro, ich hab mich gerade vollstreckt. Ja, komm jetzt endlich. Mit drei Minuten der Folge und wir haben nichts Produktives geschafft, ja. Nicht mehr etwas. Aber nicht mehr zwei Prozent. Okay, aber nicht mehr zwei Prozent. Ah, ja, das ist eine Seelen-Song, das ist immer gutes Zeichen. Aber ich bin einfach kein Dungeon-Leader, haben reißbereitgekackt, ne? Hm, ich finde den Scheiß-Mikroft auch nicht. Nee, ich bin den Scheiß-Gas. Nee. Maul. Ist der, Alter? Da, wo du nicht bist. Da, wo du nicht bist. Also die Kleine macht viel Schaden, aber ne? Ich mache richtig krass Schaden. Oh, das ist Magma Cube, das ist Magma Cube. Die haben aber auch voll wenig, die sind richtig schlau immer. Die sind richtig schlau. Von der Nebenwirkung. Ja, und da ist Magma Cube, der sieht aus wie Obsidian-Block. Der Tart ist so richtig geil. Geiles CP. Es ist Bags, einfach ganz normal Specs, kennt ihr wahrscheinlich. Weil ich hier schaffst, man schätzt. Bags, kann man zu schreiben? Weiß es nicht. Ah ja, Leute, Hashtag LamaSers. Weiß nicht, ob das momentan schon das T-Shirt draußen ist? Wenn ja, dann wäre es einfach irgendwo ranpacken oder so. Ich baue ihn ein bisschen Netherback ab. Und ich hoffe, der Lehrer kommt jetzt mal rein, sonst werde ich wirklich wirklich wütend. Ja, kannst du mal kommen? Warte kurz. So, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Lehrer endlich mal bestehen, der Netter hat. Ne? Bis gleich. So, Leute, dann sind wir wieder. Ich habe währenddessen einen cool Move draufgekommen, seht ihr hier gerade. Und Lea, ist endlich mal wieder online. Ja, ich muss mein Gamer. Hör auf, ich habe keine Hose an und meine Rüstung ist fast kaputt und ich hatte schon verzaubert. Und, äh, ich boh, ihr... Nein, nein, wissen wir auch nicht. Ich will das nur aufbomben, Lea, hörst du das? Mann. Das ist der Gart, das ist seine Katzengeräusche. Keiner fand Seck. Garten, die Leute sind von einer Katze. Hm, das weiß ich noch nie, man. Hm, nö, verwollt. Ja, Herr Bruce, bitte, bitte nicht in der Lieg rein, ja? Ich habe Mr. Pilze mal gefunden. Ja, geil, da kann man Pilze machen. Dann genießen wir. Wir brauchen eine Pilzkuh. Und, äh, da ist lieber ein Glow-Stown, was bräuchten wir für, äh, den. Schau, aus der Termine. Also, Leon, können wir dann, äh, bitte mal, äh, den Magma Cube killen? Das ist auch eine Zutat, die wir brauchen, denn wir wollen jetzt endlich mal wieder... Äh, wie heißt das? Braun. Braun. Leon, Leon, Gas! Oh, das ist noch... Oh! Oh mein Gott! Zurück zum Anzender. Leon, ich will da nicht runterspringen. Da geht's sehr tief runter. Da geht's. Leon. Oh, nein. Warte, da hinten muss man auf der Seite kommen. Na, da machen wir bitte, no joke, okay? Das ist dir ernst. Wir bauen uns eine Treppe nach unten, eine richtige Treppe. Und wenn er Gas wieder da ist, sind wir geäfft. Ja, okay, gut. Noch schau, ich baue hier mal eine Treppe. Mei, komm doch her, ich baue Gott den Weg. Achso, okay. Ja, okay. Ich wollte eigentlich kommen. Coolen Treppenboll. Nein, du bist du. ja lehrt mann vor da er war sie mit stein rüber aber es gibt so kein stein das man überlebt den sprung das ich meine dass es jetzt wird ja da unten ist man könnte pass auf die Künftung ja das macht mich üblich mit dem Akten klatschen aber machen die Treppe so dass wir wieder hochkommen ich bin runter ich hab nur Protection ich hab viel weniger Rüstung Leon you only live once ok Leon body safe runter ich hab viel weniger Rüstung als ich würde als echt you only live once um alle wollen sind ich mag den Sprung das ist jetzt einfach wie die Lüben die Mauer auch gar nicht jetzt 3 ok der Garten wieder bis zu zählen so kommt ich höre ihn müssen nicht wenn ich mich angreifen ich hab mir aber lehrt los nicht schlagen vor allem in der 1.11 warte leon bobby ist zurück aus hardcore 1 bobby also aus marvins hardcore leon ja schon warte ich hab mal einen zerschnitzel den mach ich hab die gasträne wir können uns die tränke machen leon 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 ich erkunde hier noch ein wenig ich gehe zurück auf jeden Fall das halte ich nicht aus leon 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 ich bin da gar nicht hoch ich bin weiter und sagen leon 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 matt leon 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 ja, wo bist du? da bist du, ja, nein, nein, hinter dir! Komm, wer das mag? I'm the risked boy of the universe nein, wenn du jetzt passt, wirst du nicht, weil ich hasse dich ey, ich zieh das Schild besser aus ja, ja, ich wirst das ein bisschen gut Leon, bitte nicht wahrst Du? nein! nicht wund, dix, du wund, dix, du schlackst, du schlackst, du, alter dann hohohoho gg mach ich gerne Malk wir müssen da oben hoch ich weiß aber ich komm nicht hoch komm her jetzt zeigt dir der Pro wie man dort hochkommt ok jetzt komm Leute schaut zu und lernt wie man hochkommt alles finalen, so kommt man hoch ja wie man Mö sagt, komm mir jetzt nicht mal runter ne ich hab ein Feuer hier gesetzt Ich weiß nicht, was wir sehen. Mach lieber aus, wenn wir noch vieler machen. Wieso ist Leon vieler machen? Ich weiß nicht, wie vieler machen. Aber wo kamen wir? Ähm... Leon kann sich gar nichts mehr, Alter. Ich hab schon fast gestern. Wenn ich jetzt abgeschmulig bin... Leon! Da müssen wir ein Loch ausbessern. Hä? Wo ist mein Schwert? Na, hier geht's. Ja, ne, ich geh vor euch, geh vor. Was ist wenn du gelandet? Das muss ich formulieren. Alles gut. Meine Rüstung wird wieder nicht angezeigt. Das ist volle Scheiß-Backe. Ja, das ist ein Bakulant. Ja. Mal guck mal, welche Blöck ich mitgenommen habe. Zeig! Wo bist du? Hinter dir! Was hast du mit... Oh mein Gott, Gepär! Setz sie hin, setz sie hin! Ja! Lade Party! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Das macht die Rüstung richtig schnell kaputt. Ja! Ja, Lea tut es das! Leute! Das ist meine Strafe, dass ich dir einen Puppen gegeben habe! Du wirst daran sterben, ne? Das hört dich bei einem halben Herzen auf! Das muss ich mit einer Spitzkarte bauen! Mein wunderschöner Helm! Mein wunderschöner Helm! Das ist das mit meiner Hose ist. Okay, jetzt! Oh, wir hätten nicht unser ganzes Eisen für Dings aus. Ich muss mit den Zerschnitzler-Kirchen, damit wir ein bisschen Dings sparen. Hier sind Pfeile für dich und hier müssen Knochen. Können wir gut gebrochen. Ich kenn die ganzen Schweine, okay? Meint die Können wir gut gebrochen. Gebrochen, ja. Ah! Gruckler! Ich fahre es gleich zu Ende, würde ich sagen. Ich werd nur noch ein bisschen... Ein paar Schweine zerschnitzeln und ne... Schnitzler. Hier. Sehr zerschnitzler. Verbrennungsans. Hat bekannt eines. Und Schärfe eines. Und Butch! 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 Oh, da ist er da. Da ist er da, Leon! Da ist er da, Leon! Da ist er da, Leon! Schärfe! Das Schweine ist in die Labe geschwissen ins Wasser gegangen. Mh! Wir machen das jetzt so, ey! Was willst du, Mann? Nein! Ey, ich brauche aber! Los! Was? Hier. Bauen, ne? Jo, bist du da? Äh, Leon? Was? Ich baue gerade etwas. Ich baue gerade etwas. Ich baue gerade etwas. Leon, wir brauchen unbedingt Kühl und müssen alle sofort kälen, weil wir brauchen sie nie wieder dann. Dann weiß ich nicht. Leon, äh... Leute, bald kommt ein Livestream. Äh, hat man gesagt von Livestream. Aber ich weiß nicht, weil ich werd ihnen extra Videos machen. Und dann, welcher mein Gott, also auf Youtube, denke ich mal, äh, Livestream, oder? Bei Youtube, okay. Youtuber, glaube ich, bessere Quali als Twitch-Mann. Ne, ich finde nicht. Aber der Unterschied ist halt, was nicht, da ist kein Unterschied, denke ich. Es halt die Zuschauer-Räte, und das hat anders, weil Twitch-Klicks neue, bei Youtube nicht. Ja, und Baum. Und Baum. Baumkriegs immer. Nein, Baumkriegs immer. Nein, Baumkriegs immer. Nein, Baumkriegs immer. Du hast gesagt, zwei Baukrieg und was gut gemacht. Ja, hab ich gesagt. Ja, hab ich gesagt. Nix. Oh, was muss ich denn gesagt haben? Leon, weil ich nicht geb' dir eben mein Fleisch. Ich hab zwölf Fleisch leider nur. Was machst du da? Das baue ich. Was nicht geb' ich. Auf nicht zu popsen. Ken, 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 Ken. Er hat gewonnen. So, Leute, die Welt... Die Welt wird gespeichert, dass auch? Weil die Folge auch gleich noch geht. Bei mir wird das ganz angezeigt, geil. Da wird noch ein bisschen mit meinen Magma drumk! Hier, wagen. Dann müssen wir eine Rüssel kaputt machen, denn sie ist eh Schrott. Und dann, dann, wenn ich mir eine neue Machen und sie vielleicht so, haben ich habe gerade wirklich auch mehr ja bei der Spannung sind dauernd leute mann gut mein Kopf ist dauernd ich habe dauernd in der die da ich bin was macht mit dem Markt er ist gut zu Dekoration oder dann war ich ganz gut nicht mehr weil sie sich das auskommt man ja bei den Kurskunden war auch die war auch ich glaube ich kann man muss wohl nicht tun 4 sie hatten da war sagt mir das nicht nein nein ich wollte nur hier nichts zu finden so was uns kommt und soll ja der eigentlichen Türen der einfach durch einfach nur ich renne, einfach nur ich renne, oder einfach renne, okay? Geil, du musst nur, oder? Leon, viel Spaß, ich mach jetzt meine Rüstung kaputt. Lulu, ich geh im Sterben, Leon. Ah! Alter, ich krieg voll viel Scham, lieber. Alter, Alter, Leon! Gib mir den mal, bitte. Na, warte mal ganz kurz, Leon, schau mir ganz gut an, okay, schau mich an. Ne, du, Laschmau. Ne, Laschmau, auch. Meine Rüstung muss down, ja. Meine Funde. Das hat sich nämlich vor. Mal jetzt. Mal noch ganz schnell in der Folge. Eine neue Rüstung. Ja, und... Kann mir gar kein Eisen, man. Alle in der Höhle ist so viel Eisen, hol der scheiß Eisen, Digga. Das ist doch selber. Aber wie soll ich? Ist du mit so Eisen? Wenn du Eisen willst. Oh, so. Wieso hast du den zweiten Amp ausgibt? Hä, was? Hä, was für den zweiten Amp aus? Ich hab alles abgebaut gehabt. Ne, wo, das ist ein ganzes Eisen. Also, das ist für den Eichhörer Rüst. Ich nehme mit die Boots, aber. Boots. Also, das war mein Verhalten. Nein, das ist ein ganzes Eisen. Ja, das sind jetzt meine Yisis. Oh, Gott, ey. Geile Deko, bei der hier hab ich noch zwei. Das ist echt nicht, wie die Fackeln hier weg. Warte, hier sind die. Nein, die Fak nicht! Sonst von hier Mops. habe ich auch so ich weiß man die hülle gehen mit nur mit gut obwohl das verstummen egal was ich mir sagen wir haben uns wieder in den stadt aus wenn der stadt ist immer so mein home natürlich sicher und safe und bin ich gebaden aus reiner wettig gefallen hat wenn ich vorgehen dass du musst die bewerbte charlotte da gibt ein leichter wenn es euch gefallen hat gibt ein abo da wenn ihr mehr davon sehen wollt haut rein sagt tschüss zu meinen ninisies und wir sollten schnell gehen sonst sterbe ich noch haut rein und tschüss